Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen Lego-Papagei. Den habe ich in Radovzell im Rofo gekauft. Der ist sehr süß, der kann seine Augen so lustig verdrehen. Der kann Sachen essen, so kleine Legosteinchen. Und der kann die auch wieder auf einer seltsamen Art raustun. Da muss man den Schwanz so hochdrücken und dann sind sie draußen. Die Flügel kann man auch in alle möglichen Richtungen bewegen. So, zack, zack. Den anderen auch. Also den kann man auch ganz... Die Füße kann man auch bewegen. Aber das knackst dann immer so. Und ja, dann machen wir mal seinen Maul auf. Tun die Körner rein, so sehen die Mama aus. Das sind zwei Stück so. Mir sind schon ein paar weggegangen, weil ich habe sie verloren, weil mein Bruder mit ihnen gespielt hat. Und der Legoboy ist mein Bruder, habe ich schon im ersten Video gesagt. Ähm, ja. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich noch mehr. Und ja, dann ciao. Bis zum nächsten Video.